Ich hebe immer falsch ab. Ich muss mit dem Heck mehr abheben. Ich darf den nicht hochziehen. Müssen wir gleich nochmal machen. Ja, aber da habe ich immer Schiss, dass das Rad so runterfällt, aber im Prinzip ist das unnötig. Bist du recht? Bist du recht? Du bist recht? Das stimmt. Halt. Das stimmt. Vielen Dank.